Hallo Reisefreunde, seid gegrüßt zu einem neuen Video, wie ich finde, ein Video, das für uns alle mit eines der wichtigsten sein kann oder auch ist, nämlich heute reden wir über die Top Gründe, warum Urlaub für dich und deine Liebsten auf jeden Fall gut ist, dieser zur Priorität gesetzt werden sollte. Am Ende gibt es noch eine Überraschung von mir, damit alle auch die Möglichkeit haben, die sagen, okay, Urlaub momentan in der jetzigen Situation schwierig, nämlich, dass jeder auch die Möglichkeit haben kann, sich seinen Urlaub zu ermöglichen. Deshalb bleib dran. Kurze Info, bevor wir loslegen, bitte ich dich kurz Pause zu drücken, hier diesen Disclaimer durchzulesen, denn wie gesagt, diese Folien sind nicht von mir, diese sind vom Reiseclub und deshalb ist es wichtig und mir ein Anliegen, Entschuldigung, dass du dir diesen Disclaimer kurz durchlesst, bevor du das Video dann weiterschaust. Ja, leider hört man ja heutzutage im persönlichen Umfeld und in den Medien immer wieder, dass für viele Menschen der Urlaub, viele Menschen würden gerne in den Urlaub gehen, können sich ihn aber ja leider nicht mehr leisten oder setzen diesen halt nicht zur Priorität aus beruflichen Gründen, wie es eigentlich sein sollte. Und mir ist es wichtig und das möchte ich auch auf meinem Kanal kommunizieren, dass einfach der Urlaub im Prinzip, wie es ja steht, Urlaub ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit für einen ausgewogenen, gesunden Lebensstil. Urlaub zu machen ist ebenso wichtig wie gutes Essen und Bewegung und ja, ich finde für dich und deine Liebsten solltest du das auf jeden Fall zur Priorität setzen. Warum das genau so ist und wieso, das bekommst du gleich in den Top-Gründen mit an die Hand, warum das einfach so sein sollte und wie gesagt, ich wiederhole mich zwar nochmal, am Ende gibt es noch eine persönliche Message und eine Nachricht mit Überraschung von mir für dich. Ja, kommen wir gleich zum ersten Grund, warum du Urlaub für dich und deine Liebsten zur Priorität setzen solltest, nämlich Urlaub kann Stress mindern. Dass Stress nicht gut ist für unseren, also Negativstress, es gibt ja Positivstress und Negativstress, aber dass Negativstress nicht gut für uns alle Körper ist, das steht wohl, denke ich, außer Frage für uns allen. Deswegen möchte ich hier mal gerade dieser Punkt 4, was da steht, öfter regelmäßig Ferien zu machen und vom Alltagsstress wegzukommen, gewährt uns eine Pause von einem zu hohen Gehalt an diesen Hormonen. Das regelmäßige Urlaubs-, in Urlaub fahren gibt unserem Körper und Geist die Möglichkeit, sich von den Belastungen des Alltags zu erholen. Wenn wir jetzt mal alle in uns gehen und ich kann da nur von mir sprechen, warum dir so einen kleinen Impuls mit an die Hand geben, so geht es mir unter anderem und viele, mit denen ich mich unterhalten habe. Es ist ganz einfach so, wenn ich daheim Urlaub gemacht habe bisher und da vielleicht spreche ich dir da aus der Seele, da kommt mein Körper einfach nicht zur Ruhe, denn man hat doch tatsächlich doch immer etwas anderes zu tun. Man beantwortet hier mal eine E-Mail, man geht hier, man verliert sich hier an irgendeiner Aufgabe, man wird vom Umfeld, vom Alltagsstress einfach doch immer wieder eingeholt. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass die stressfreisten Momente für mich die Zeit war im Urlaub tatsächlich, wo ich konsequent, ja einfach mich auf den Urlaub gefreut habe, den Tag genossen habe. Und bewusst auch, ich sage bewusst, weil das ist für viele ja auch nicht mehr Fall, mich von den, ja tatsächlich mal von den Social Media Aktivitäten distanziert habe, den testest mal by the way aus. Verbring mal einen Tag ohne dein Mobile Phone und du wirst tatsächlich merken, wie lang doch so ein Tag sein kann, wenn du ihn, ja ich sage mal selbstbestimmt führst und nicht permanent, ja einfach auf deine digitalen Geräte schaust und so weiter und so fort. Ich denke, wir alle wissen, von was ich rede, also dieser Punkt, dass Urlaub auf jeden Fall stressmindern sein kann, denke ich, ist hier für uns alle eine einleuchtende Geschichte. Die Punkte, die ich jetzt nicht speziell erwähne hier, drück einfach Pause und lese dir sie durch, weil ich denke, so ein gewisses Vorwissen an sich bringt von uns jeder mit in Bezug auf Stress. Ja, Punkt Nummero zwei, Urlaub kann das Herzinfarktrisiko senken. Ja, wir haben in der vorherigen Folie gelernt und wissen es alle, dass Stress, negativer Stress nicht gut oder dauerhaft negativer Stress nicht gut für unseren Organismus sein kann. Das dürfte uns allen bewusst sein und die Auswirkungen, was dieser negative Stress verursacht. Wenn wir uns da alle nochmal in unser Bewusstsein gehen und ja, die gängigen Medien und Zeitungen verfolgen, da kriegen wir es ja selbst permanent mit, was Stress beispielsweise mit unserer Gesundheit verursachen kann. Welche Faktoren dazu beitragen können, um das Herzinfarktrisiko zu sinken beispielsweise. Und da finde ich bemerkenswert, den Punkt hier beispielsweise, gerade für uns Männer, ich habe es ja letztens in der Zeitung wieder, in einer bekannten Zeitung wieder gelesen, dass gerade Männer davon auch sehr oft betroffen sein können. Beispielsweise Männer, die regelmäßig Urlaub machten, hatten um 32 Prozent geringeres Herzinfarktrisiko. Die Gründe dafür, herausgezogen aus der vorherigen Folie, aus Umfragen, Studien beispielsweise, wie beispielsweise 2010 die Framingham-Herz-Studie. Die Studien tue ich dir, die Quellings zu den Studien tue ich dir natürlich im Nachgang und unten in der Videobeschreibung verlinken. Was mir hier noch bemerkenswert ist, für Frauen, die regelmäßig Urlaub machen, steigt die Zahl auf 50 Prozent weniger Wahrscheinlichkeit, an einem Herzinfarkt zu sterben. Wie gesagt, laut dieser Studie 2010, welche ich dir unten in der Videobeschreibung verlinke und im Nachgang nochmal zeige. Ja, ist doch ganz klar, dass sich der Stress, wie gesagt, wir sind beim allumfassenden Thema Stress, dass sich das nicht gut auf unseren Urlaub auswirken kann. Und jetzt sehen wir doch hier gerade mal dieses Bild mit diesem netteren, älteren Pärchen. Und wenn wir doch mal alle so in uns gehen, dieser Impuls ist mir gerade gekommen, denk doch mal nach an deine Urlaubsreisen, wo du bisher warst. Wenn du da mit der Reise-Community ins Gespräch gekommen bist oder dich umschaust, in der Regel sind es doch lebensfrohe, lustige, agile Menschen, die Urlaub machen. Nimm mal diesen Impuls an die Hand und achte mal daraus. Klar, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber meistens siehst du solche lebensfrohe Menschen doch dann tatsächlich im Urlaub. Wenn ich hingegen oder wenn du hingegen eventuell in deinem Umfeld mit Menschen zu tun hast, die sich nicht so wohl fühlen, dementsprechend oder auch diverse, ja sagen wir mal in Anführungssprichlein, ja Gebrechlichkeiten, Wehwehchen haben. Und ich sie dann darauf angesprochen habe, wie sieht es denn mal aus mit einer Urlaubsauszeit oder sowas, kam das für dich mal in Frage, hast du das schon einmal gemacht? Dann tatsächlich war zu 90 Prozent in meinem Umfeld natürlich ganz klar, ich kann da nur von mir, von meinen Erfahrungen sprechen, aber die Antwort, nee Urlaub, was ist das überhaupt? Urlaub kommt für mich nicht in Frage, ich arbeite lieber, ich mache in meinem Urlaub noch Arbeit, ich habe das und das zu tun und da denke ich mir dann ganz ehrlich, irgendwie, vielleicht erkennst du auch diese Korrelation, aber irgendwie hat das dann schon irgendwie so einen Beigeschmack, muss jeder für sich selber bewerten, aber geh da mal in dich und beachte diesen Punkt. Ich weiß nicht oder schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du das siehst. Ja, nächster Punkt, Urlaub kann die Konzentrationsfähigkeit fördern. Ja, warum ist das so? Auch natürlich wieder mit dem, was Studienlagen zeigen mit dieser, beinhaltet mit dieser Stressproblematik. Hier möchte ich mal den Punkt daraus heben, kontinuierliche Arbeit ohne Pause oder Urlaub kann dazu führen, dass sich die Menschen blockiert und abgelenkt fühlen und Konzentrationsschwierigkeiten haben. Kann wahrscheinlich nahezu jeder von uns bestätigen, dass wenn du deinem Körper eine gewisse Dauer an permanenter Arbeit und Belastung zufügst, dass du da nicht mehr so konzentrationsfähig bist, ist natürlich ganz klar. Ich denke, das lässt sich da nicht abstreiten. Hier unten dick herausgehoben, Umfragen zeigen, dass sich fast drei Viertel der Menschen, die regelmäßig Urlaub machen, energetisiert und bereit sind, die anstehenden Aufgaben zu bewältigen. Ja, ganz klar, das ist doch so. Ich kann da auch nur wieder von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Deswegen kann ich dir nur ans Herzen legen, plane deinen Urlaub ein, nimm dir diese Zeit und was mir auch nochmal hier als Impuls kommt, wenn ihr Unternehmer, Führungskräfte, Geschäftsführer, was weiß ich auch immer zuschauen, lasst, ermöglicht euren Mitarbeitern, euren Mitarbeiterinnen einen Urlaub. Weil tatsächlich, ich bekomme es immer häufiger mit und tatsächlich auch von beiden Seiten, sei es jetzt von der Seite der, sei es jetzt von der Angestelltenseite, dass man hört, ja, ich lasse mir den, ich lasse mir den Urlaub ausbezahlen. Lieber, was ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, was ich persönlich aber nicht nachvollziehen kann, weil du hast da, wie ich finde, so viel mehr an Mehrwert, was du auch noch im Laufe der Präsentation lernen wirst. Wenn du Urlaub nimmst, bewusst nimmst, kannst dir und deinen Liebsten so viel gut, das tun wie, ja, mit Urlaub ausbezahlen lassen, wo dann du letztendlich dann eh, sind wir doch mal ehrlich, viel mehr Abzüge hast wie, ja, wie sonst etwas. Aber auch, wenn man oftmals hört, ja, ich nehme Urlaub und daheim, ich tue dann, was weiß ich, mein Badezimmer renovieren oder den, ich sage immer den berühmten, in Anführungsstrichen, Arbeitsurlaub, dass man doch dann tatsächlich im Urlaub selbst noch arbeitet und, und, und. Wir können uns da alle an die eigene, ans Herz fassen, also nimm das mal bewusster wahr, wenn mal etwas ist, wenn mal etwas, wenn du mal ein privates Projekt hast, ganz klar, mach das, ich rede dir da nicht rein, aber mir ist es wichtig, mir ist es mein Anliegen, dass du und dir und deinen Liebsten mindestens einmal im Jahr diese Urlaubszeit gönnst und, ähm, da einfach für dich und deine Liebsten zur Mitte, zur Ruhe findest. Und, ähm, und nicht nur den Urlaub, äh, wie leider, ich, wie gesagt, ich spreche da nur aus meinem Umfeld und was ich mitbekomme, aber viele den Urlaub tatsächlich nur wieder zum, den Urlaub zum Arbeiten nutzen. Ja, irre, aber auch im Gegenzug, was ich auch ganz klar mitbekomme und immer wieder sehe und höre, dass tatsächlich, ähm, ja, vielen Mitarbeiter, vielen Unternehmern gar nicht bewusst ist, ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen diesen Urlaub, diesen Mehrwert zu gönnen. Es gibt ja mittlerweile unzählige Beispiele und Studien, sei es jetzt mit der Viertagewoche, sei es mit, äh, verlängerter Urlaubszeitgewährung und wenn ich da dann als mitbekomme, dass manche Unternehmen, ähm, da tatsächlich den Mitarbeitern nur ein Mindestmaß, gerade mal so viel Urlaubstage, ähm, ähm, zugestehen. Aus Angst, ähm, was weiß ich mit diesen, wenn die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen fünf Tage mehr Urlaub haben, dass da dann die, ähm, dass da dann das, ähm, dass da dann das, ähm, Unternehmen zusammenbrecht. Und whatever, kann ich persönlich, sorry, nicht verstehen, ist auch meine persönliche Meinung, denn es hat so viel mehr Urlaubszeit und auch die, 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 der Mitarbeiter, äh, der Unternehmer an sich hat ja eine gewisse Fürsorgepflicht. Und ich finde, wenn da der Unternehmer gerade, wäre mein Impuls dafür sorgt, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ihren Urlaub nehmen und, ähm, und da bewusst darauf auch hinweist und da ein, ein, ein kleines bisschen an mehr darauf legt, beispielsweise, ähm, mehr Urlaub zur Verfügung stellt, hat er, wie ich finde, und man kann es immer mehr nachlesen, am Ende mehr davon, ähm, mehr Produktivität und, 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 ähm, wie wenn man da einfach nur, ähm, ja, in dieserlei Hinsicht auf das Minimum reduziert. Wie gesagt, schreib mir gerne deine Meinung mal dazu herein und, äh, ich bin da auch gerne für den Diskurs bereit, ähm, ich finde es ein mega spannendes Thema. Ja, dazu springen wir gleich auch auf die nächste Folie. Urlaub kann Krankheiten vorbeugen. Ja, wie gesagt, ähm, hier unten steht es ja, ähm, nochmal dick gedruckt, eine, ähm, kürzlich durchgeführte Umfrage gab, dass die, dass die, dass die, dass Menschen, die regelmäßig Urlaub machen, gesünder sind und sich besser fühlen. Ja, dass man sich im Urlaub besser fühlt, ähm, und dass man von diesen Erlebnissen noch im Nachhinein zehrt und die Urlaubsvorfreude auch positiv beiträgt, das ist ja, denke ich, außer Frage gestellt. Was ich hier auch nochmal hervorheben möchte, Punkt Nummer 1, es gibt ein ganzes Forschungsgebiet namens Psychoneuroimmunologie, das besagt, dass Stress und dessen Nebennierenfunktionsstörungen ihre Immunsysteme verändern und sie für zahlreiche Krankheiten anfälliger machen kann. Finde ich interessant, mit dieser, ähm, mit diesem Forschungsgebiet kannst du ja mal nachgoogeln und aber auch, es kann die Wahrscheinlichkeit, Infekte wie Erkältungen, Grippe zu bekommen, sowie, ähm, schwere Erkrankungen wie das Reizdarmsyndrom erhöhen. Ja, ich kann da auch nur wieder von meiner Erfahrung aussprechen und wenn man sich so einlässt, also diese ganze Studienlage, der Stress und, 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 kannst du ja, das ist ja jetzt kein Geheimnis, das kannst du ja alles, ist ja, ist ja, ähm, sei es über deine Krankenkasse, sei es im Internet, sei es bei Fachzeitschriften, ist ja alles nachlesbar. Im Prinzip, wir können es ja täglich nachlesen. Ich mache es alles gern an so, ähm, bildlichen und persönlichen Beispielen klar, dass dir es einfach nochmal auch bewusster ist. Wie gesagt, Punkt Nummer eins, hier haben wir nochmal das Bild zweier Reisenden, habe ich ja schon mal zu Eingang erwähnt, dass, ähm, Menschen, die im Urlaub sind, irgendwie glücklicher sind, das ist ja, ich denke, das ist ja kein offenes Geheimnis. Jetzt ist es aber so, hier an diesem Punkt haben wir ja, ähm, die, 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 ähm, Wahrscheinlichkeit, Erkältungen, Grippe, Reizdarm und, 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 gesenkt kommt ja hier vor. Ähm, und wenn man es ja mal selbst in sich geht, dann merkt man doch, dass man, ähm, tatsächlich, wenn du im, wenn wir im Urlaub sind, dass man da sich, ähm, doch tatsächlich, ähm, fitter fühlt, dass diese ganze, ähm, dass man entspannter ist, dass der, was weiß ich, der Bewegungsapparat fühlt sich besser an, ähm, die, ich sag's jetzt mal so heraus, dass die, ähm, ähm, dass die, ähm, dass die, ähm, sagen wir mal, die, die, ich nenne es jetzt mal plump, Entschuldigung, die Stuhlgangfunktion besser funktionieren kann, und, 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 dass man da halt einfach irgendwie einen speziellen Rhythmus, einen Kreislauf hat, von dem man, also so geht's mir auf jeden Fall, Tage danach noch profitiert, ähm, finde ich, ist bemerkenswert, und solltest du mal in der, bei deinen nächsten Reisen, oder Urlauben einfach mal bewusst darauf achten, ähm, ähm, ja, natürlich auch hingehen, denke ich, da du, je nachdem, wenn du im Urlaub aktiver bist, da du hier einfach nochmal dieses Vitamin D tankst, da du aktiv für dich was tust, da du abschaltest, ähm, da halt viele Faktoren dazu beitragen, ähm, ähm, muss man diesen Punkt halt einfach anerkennen, und, ähm, sollte man sich auf jeden Fall für Augen führen. Ja, jetzt kommen wir natürlich zu einem, sag ich mal, ähm, heißeren Punkt, ähm, ja, Urlaub kann ihr Sexleben verbessern, ja, auch wie ich finde, ähm, für viele ein wichtiger und spannender Punkt, ähm, ähm, es gibt wirklich so etwas wie Urlaubssex, ja, ähm, dass es das geben kann und, äh, gibt in verschiedenen Ausrichtungen, ganz klar, aber, ähm, ich möchte jetzt mal in diesem Bezug darauf eingehen, ähm, ja, wir merken es ja alle, oder fangen wir mal so an, zuerst mal die Studien haben gezeigt, dass ein hoher, ähm, Cortisolspiegel im Zusammenhang mit Stress eine negative, Rückkopplung im Gehirn erzeugt und ein niedriger Spiegel an Sexualhormonen wie Testosteron zur Folge hat, die zum Libidoverlust beitragen können. Umfragen zeigen, dass Menschen, die regelmäßig Urlaub machen, sich sexier fühlen mit mehr Romantik und besserem Sex in ihrer Beziehung. So, ähm, dass sich, ähm, im Alltag, und ich spreche da auch, auch natürlich, ich nehme mich da nicht vorweg, ich spreche da aus eigener Erfahrung und natürlich halt auch aus Erfahrungen mit vielen, also jetzt nicht mit, ähm, mit, ähm, mit ganz so vielen wie bei anderen Erfahrungswerten, denn über so ein Thema redet man ja tatsächlich nur meistens mit den besten Freunden oder Freundinnen, ähm, aber in Gesprächen und man merkt es ja tatsächlich selber, dass wenn du permanent unter Stress bist, unter negativem Stress in deinen Alltag eingebunden, beruflich wahrscheinlich so ausgelastet, dass dir da einfach, du bist abends K.O., dir fehlt ganz einfach die Lust an einem, ja, dir fehlt die Lust an, äh, an Sex. Also ich denke, wir haben uns da alle mal erkannt, dass es Phasen gab, wo man lustlos war, ausgelaugt und, ähm, da hatte man keine Lust und ich kann ja auch sagen, wenn du dann hingegen eben, wenn du dann hingegen im Urlaub bist, dass du da unter einem, gerade aus diesen Punkten, unter einem ganz anderen weiter bist, da du da mehr, ja, Lust empfindest, dass ich da, ähm, ein ganz anderes, ähm, Urlaubsgefühl einpendel und dies natürlich ein Pluspunkt für deine, äh, Beziehung sein kann, ähm, für dich, deine Partnerin, dein Partner, dass das sich positiv auswirkt, gerade das macht doch Urlaub auch nochmal zu einem Pluspunkt, den man auf jeden Fall mit beherzigen sollte, und, ähm, ich denke, dass gerade dieser Punkt auch, ähm, für viele neuen, äh, Wind in die Beziehung bringen kann, eventuell sogar die Beziehung retten kann, und, ähm, nimm dir das mal zu Herzen, denk mal darüber nach, ähm, ich denke, wenn wir da, ähm, wenn du da, wenn wir da alle in uns gehen, ist dieser Punkt doch ein Stück weit, ähm, hat dieser Punkt doch ein Stück weit an Berechtigkeit. Ja, nächster Punkt, den ich genauso wie die anderen Punkte natürlich voll und ganz unterstütze, ähm, Urlaub kann uns glücklicher machen. Ja, den Punkt tue ich persönlich natürlich auch voll und ganz unterschreiben, zumindest in meinem Umfeld kenne ich nahezu keinen, den Urlaub nicht glücklicher macht. Es gibt natürlich auch einige Menschen, die natürlich, äh, mit Urlaub gar nichts anfangen können, tatsächlich, aber vielleicht ändert sich das ja, wenn sie diese Präsentation gesehen haben. dazu möchte ich einfach noch mal kurz auf diese Punkte eingehen. Warum das so ist, kannst du dir vielleicht schon aus den vorherigen Folien jetzt nach und nach denken, aber, wie gesagt, Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass die Gehirnstruktur durch chronische Belastung mit Stresshormonen, die zu Depressionen und Angstzuständen beitragen, tatsächlich verändert werden kann. Ähm, ja, ganz klar. Ja, deswegen, ähm, warum gehen viele von uns gerne im Winter in den Urlaub, fliehen sozusagen der, äh, im fliehen dem Winter, gehen in die Sonne, ganz klar, weil es angenehmer ist, weil du da Vitamin D tankst, weil es einfach dir persönlich besser gut tut, wie wenn du in einer tristen, ähm, dunklen, verregneten, kalten Umgebung bist. Ähm, ja, ganz klar. Untersuchungen zeigen, dass Frauen, die keinen regelmäßigen Urlaub nehmen, dreimal häufiger depressiv und ängstlicher waren. Ganz klar, für uns Männer auch wichtig oder für dich beispielsweise, ähm, es gibt ja nicht, es gibt ja den schönen Spruch, happy wife, happy life, deswegen, schau, dass du dir und deiner Liebsten, dass du deiner Frau, ähm, regelmäßig Urlaub gönst, tragt sich in vielerlei Hinsicht positiv, ähm, aus. Ja, dies wird durch eine Umfrage natürlich bestätigt, die ergab, dass Menschen, die regelmäßig Urlaub machen, sich im Vergleich zu denen, die keinen Urlaub hatten, sehr glücklich mit einem allgemeinen Wohlbefinden fühlten und hingehen zu Punkt Nummer, äh, hier weiter und, und, und. Und der nächste Punkt, viele berichten von diesem Effekt, der über, ähm, ihren eigentlichen Urlaub hinaus andauert, habe ich ja schon, habe ich ja schon, ähm, in der vorherigen Folie angesprochen und du weißt es ja natürlich selber, höchstwahrscheinlich von dir, dass du die Zeit, ähm, dass dich der Urlaub glücklicher macht, dass dich die Urlaubsvorfreude, die Urlaubsnachfreude glücklicher macht, dass wir daran zehren, ähm, ganz klar. Ja, auch ein wichtiger Punkt, Urlaub kann Beziehungen stärken, ähm, nicht nur die, ähm, sexuelle Beziehung, wie wir schon angesprochen haben in der Folie, sondern auch, ähm, der Urlaub mit ihrer Familie oder ihren Liebsten hilft, engere Bindungen zu knüpfen, ähm, Punkt Nummer zwei, laut Studie fühlen sich Frauen, die Urlaub mit ihren Ehepartnern machen, zufriedener, ähm, ich fasse das mal, ähm, ich fasse das mal kurz zusammen, ist ja ganz klar, wenn du in, ich weiß es auch aus Erfahrung, wenn du mit deiner Familie, mit deinen Liebsten Urlaub machst, dass du da nochmal eine ganz andere Bindung, eine ganz andere Beziehung auf, aufbauen kannst oder aufbaust, das wird dir ja mit Sicherheit selber bewusst sein, wie im, ähm, wie im Alltagsstress daheim, wo jeder seine eigene Richtung fährt, wo es vielleicht Unstimmigkeiten gibt, wo einfach, äh, es nicht so die Möglichkeit ist, dass man mal gemeinsam als Familie, sich kennenlernt, aneinander arbeitet und einfach eine tolle Zeit verbringt, aber auch die Forschung hat einen Zusammenhang zwischen den schulischen Leistungen der Kinder und den Familienferien im Sommer entdeckt, ist ja auch ein wichtiger Punkt, ähm, was ich finde, gerade, ähm, heutzutage ist es ja in der Schule auch, wird ja in der Schule auch den Kindern immer mehr und mehr abverlangt und so ein Pensum gefordert, dass dieser Punkt ich wichtig finde für alle Familien, dementsprechend, die, ähm, ja, dahingehend mit ihren Kindern dann mal was, ähm, tun und, ähm, im Urlaub auch, ähm, ja, dazu positiv beitragen. Diese gemeinsame Erfahrung fördert die familiäre Bindung, die ist unbezahlbar, warum kommen wir gleich dazu, Familienferien schaffen mehr Erinnerungen als jede andere Aktivität. Diesen Punkt nehme ich noch dazu mit hinein, bevor ich die drei Punkte zusammenfasse, tatsächlich haben andere Studien ergeben, dass Menschen einen höheren Wert auf die gemeinsamen Erfahrungen im Urlaub legen, als auf die materiellen Güter, die sie sich während ihres Lebens angeeignet haben. Und das finde ich natürlich bemerkenswert und kann es nur persönlich bestätigen und auch dir mit ans Herz geben. Gerade in dieser Zeit, in dieser speziellen Quality-Zeit, schaffst du Erinnerungen, baust du tolle Momenten auf, ähm, wovon ihr lange zerrt und wo sich doch tatsächlich jeder gern daran erinnert, ähm, zurückerinnert. Ich kann es nur vom eigenen Beispiel sagen und, ähm, erinnerst, erinnere ich, erinnerst du dich noch an ein, ähm, Geburtstagsgeschenk, ein, ähm, ein materielles Geburtstagsgeschenk, was du für drei, vier, fünf Jahre bekommen hast? Ich zumindest sehr schwierig. Erinnerst du noch, erinnerst du dich noch an den Urlaub, den du für drei, vier, fünf, zehn Jahre mit deinen Liebsten, mit Freunden, mit der Familie gemacht hast? Ich sehr gerne und mit Freude zurück, du wahrscheinlich auch. Also denk mal darüber nach. Urlaub kann die Arbeitsproduktivität erhöhen. Ja, jetzt kommen wir nochmal zu einer wichtigen Folie, wie ich finde, ich habe, ähm, natürlich in einer vergangenen Folie jetzt, ähm, schon mal etwas ausgebaut, ähm, aber da mir dieses Thema persönlich sehr wichtig ist, ähm, und da ich finde, dass, ähm, dieses Thema für jeden Unternehmer, dass, dass dieses Thema jeder Unternehmer, jeder, der ein Unternehmer, der Angestellte hat, ähm, sich damit einfach nochmal auseinandersetzen soll und einfach dahingehend, das ganze, ähm, Thema Urlaub zu überdenken. Punkt Nummer eins, im Gegensatz zu dem, was es scheint, zeigen Studien, dass mehr Urlaubszeit für Arbeitnehmer tatsächlich die Produktivität des Unternehmens erhöht und die Zahl der Krankheitstage verringert. Dass es dazu Studien gibt, die du im Internet über deine Krankenkasse und, und, und heraus eruieren kannst, das ist ganz klar. Deshalb mein Appell, ähm, was ich hier im zweiten Punkt noch kurz mit hinzu, gewissen, mit hinzunehmen möchte, liberale Urlaubspolitik schafft eine verbesserte Lebensqualität für die Mitarbeiter, was sich in einer höheren Arbeitsqualität niederschlägt. Und wir nehmen noch kurz Punkt Nummer drei, die Arbeitnehmer berichten auch, dass sie sich nach einer Auszeit kreativer fühlen und mehr als 70% von ihnen gaben an, dass sie mit ihrem Urlaub zufriedener waren, weil sie regelmäßig in den Urlaub gingen. Also, mir ist es nochmal ganz wichtig, dass, äh, du als Unternehmer, der Angestellte beschäftigt, nochmal diesen Punkt, erkennst die Win-Win-Situation, wenn du deinen Mitarbeitern hier nicht nur das Mindestmaß, ähm, oder Urlaub als notwendiges Übel betrachtest, sondern wenn du dir deinen Mitarbeitern ermöglichst, ein Mehr, ein Mehr mit an die Hand gibst, welche Win-Win-Situation und welches Mehr du im Gegenzug zurückbekommst, das steht außer Frage. Und wenn du da nicht ganz verschlossen bist und einfach in einer neuen Zeit moderne Wege gehst, ähm, dann wird sich auch das für dich positiv bemerkbar machen. Da bin ich 100% sicher ähm, und stehe da auch voll und ganz dahinter. Das ist meine persönliche Meinung und ich kann es dir nur ans Herzen legen. wichtig nochmal, was mir wichtig ist und auch für dich, für dich als Angestellter, ich habe es ja schon gesagt, nimm deine Urlaubszeit, nimm sie bewusst für dich als Arbeitgeber, schau, dass deine Angestellten ihren Urlaub nehmen, bekommen und natürlich auch gebe ihnen, wenn möglich, ein Stück weit mehr. Ja, auch ein wichtiger und spannender Punkt, Urlaub kann die Schlafqualität erhöhen. Ähm, Studien haben gezeigt, dass Menschen, die regelmäßig Urlaub machen und reisen, über eine Verbesserung ihres Schlafes von fast 20% berichten. Ähm, ja, absolut, ich spreche da auch wieder auf eigener Erfahrung und im Gespräch mit anderen, da kannst du dich ja mal auch umhören, ähm, es ist doch tatsächlich so, ähm, oder man kennt es doch, dass man im Urlaub tatsächlich immer wieder aufwacht und sagt, wow, hab ich heute gut geschlafen und, ähm, ich denke jetzt nicht, dass das, wie eventuell die meisten oder einige vermuten, dass das an einem Kopfkissen oder an einer Matratze liegen kann, mit Sicherheit, ähm, je nachdem kann eine Kopfkisse oder eine Matratze auch mit dazu dabei beitragen, ganz klar will ich gar nicht abstreiten, aber natürlich die Umgebung, das, ähm, gute Gefühl und, und, und bin ich davon überzeugt, dass das ein Stück weit mehr noch zu diesem Effekt, diesem Urlaubseffekt dazu beitragt, dass du dich im Urlaub einfach, ähm, ja, ausgeschlafener fühlst. Ja, im Urlaub, ähm, schliefen, ähm, die Menschen durchschnittlich um eine Stunde länger in guter Qualität, was ich sogar nach der Rückkehr, nach Hause übertrug. Ganz klar, kann ich aus persönlicher Erfahrung auch nur, ähm, ähm, bestätigen, wenn du daheim bist, wenn ich daheim bin und schlafe, dann ist es doch so tatsächlich, dass man doch, ähm, also so geht es mir immer, ja, mal öfters aufwacht, wacht, ähm, doch ziemlich früh dann, ähm, aufsteht und im Urlaub tatsächlich, wo es dann dieses tolle Frühstück gibt, erwischt man sich doch dann mal das ein oder andere Mal, dass man doch tatsächlich eine Stunde länger schlaft und beinahe das Frühstück verpasst, ähm, wo man sich wieder hingegen denkt, Mann, daheim wacht man immer so früh auf und im Urlaub verschläfst du fast das Frühstück. Ich denke, der ein oder andere fühlt sich da auch ertappt. Ja, jetzt kommen wir mal zu einem kontroverseren Punkt. Urlaub, äh, kann sich schlanker machen, ähm, warum kontroverser, in Anführungsstrichlein, sage ich, jetzt natürlich, ähm, für uns, äh, Kreuzfahrtliebhaber, Kreuzfahrtsfans, so wie ich es bin, ähm, oder auch generell im Urlaub neige ich eher dazu, dass ich da gerne etwas mehr esse, ganz klar, weil es gibt ja so ein tolles Angebot, aber nichtsdestotrotz, man darf ja auch nicht von sich selber ausgehen, gibt es natürlich auch hierzu eine, ähm, eine, ähm, 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 ja, Studienlage und, ähm, einige diverse Punkte, du kannst hier Pause drücken, ähm, kannst hier Pause drücken und dir diese dann durchlesen und natürlich wahrscheinlich auch im Internet einiges dazu googeln, warum Urlaub, ähm, schlanker machen kann, ähm, 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 natürlich gibt es aber auch ganz klar Menschen, die gerne aktiv Urlaub machen, ähm, beispielsweise oder im Urlaub noch aktiver sind, halt als daheim, noch vielleicht auch noch in einer Regelmäßigkeit, in einer gesünderen Regelmäßigkeit essen und gesünder essen, was sich natürlich auch ganz klar auf diesen, ähm, Impuls, auf diesen Schlankheitsimpuls mit auswirken kann und eventuell natürlich beispielsweise auch im Urlaub dann, ähm, mehr Sport, mehr Sportprogramm machen, ganz klar, ähm, du hast natürlich die gute Nachricht mit an der Hand, dass Urlaub, ähm, beispielsweise durch Verbesserung des Glukosespiegels, ähm, und, 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 zu einer Schlankheit an sich beitragen kann. So, sieh's mir nach, wenn ich da jetzt auf diesen Punkt nicht so ganz genau eingegangen bin, ähm, aber, ähm, du weißt ja, wo du eben dementsprechend mehr dazu erfahren kannst. Auch ein, ähm, wie ich finde, ähm, wichtiger Punkt, ähm, Urlaub kann sie jünger halten. Ähm, wir haben es ja jetzt, ähm, in einigen Folien schon mal angesprochen, beispielsweise, dass, ähm, den meisten von uns jetzt allgemein bewusst ist, dass, ähm, Stress nicht gut ist, chronischer Stress für dein Immunsystem, für deinen Alterungsprozess, ähm, ich glaube, das kann man nahezu fast überall nachlesen. Es wird angenommen, dass chronischer Stress das biologische Altern und den Alterungsprozess beschleunigt. Gehe ich persönlich, glaube daran, ganz klar, ähm, warum tun sie nicht selbst einen großen Gefallen, machen sie sich selbst zur Priorität und nehmen sie sich eine Auszeit. Diesen Punkt, der liegt mir ganz groß am Herzen und ist mir ganz, ganz wichtig, dass du diesen für dich mal verinnerlichst und darüber nachdenkst. Regelmäßige Ferien sind eine der lohnendsten Mittel, die empfohlen werden, um jung und gesund bleiben zu können. Ganz klar sehe ich auch so und wie gesagt, hier nochmal dieses, ähm, dieses obligatorische Bild, ähm, was beispielhaft dafür stehen kann, wie auch die Bilder davor in den Folien. Äh, wir haben es generell mit im Herzen, ähm, ähm, von der Ausstrahlung und, 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 jüngeren Menschen doch tatsächlich in der Regel zu tun, die regelmäßig Urlaub machen und reisen, wie jetzt, ähm, wenn du im Umfeld beispielsweise mit Menschen zu tun hast, die, ähm, ja, halt, ähm, negativ eingestellt sind, ähm, und, 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 ich denke, ich brauche das nicht tiefer ausführen und du dann mal danach fragst, ob sie eigentlich bewusst ihren Körper zur Priorität setzen, die Urlaubszeit sich bewusst nutzen, äh, und da ist es doch dann tatsächlich so, dass wirklich viele dann sagen, das dann gar nicht berücksichtigen oder machen. Ja, jetzt nochmal wichtig zu den ganzen Folien auch, ähm, hier die Fußnoten und die, ähm, Bibliografie mit den Quellen nachheißen, hier beispielsweise die Farmingham-Studie, die Americans Vacation Days, die Take Vacations, dann eine Langzeitstudie von den Nations Institute of Health, durchgeführt wurde diese von, ähm, Our Vacations Good for Your Health, also wie gesagt, diese Studien und im Quellenachweise kannst du googeln, ich tue sie dir aber auch unten in der Videobeschreibung verlinken, da kannst du da in die Videobeschreibung gucken und dann, ähm, bei Bedarf dir diese Studien und Nachweise nochmal zu Gemüte führen. Die Folie tue ich dir natürlich auch in meinem Newsletter hinterlegen, deswegen wichtig, abonnier den Newsletter von mir, den tue ich dir auch unten verlinken in der Videobeschreibung, ähm, dann, ähm, verpasst du diese Folie nicht, wenn ich diese ausspiele. Jetzt aber noch zu meinem Bonuspunkt und zu meiner, ähm, meiner Überraschung, was ich am Anfang gesagt habe, jetzt weiß ich ja, dass, ähm, für viele, dass viele von euch auch Urlaub gern machen und dieses als, für sich natürlich als Priorität erkannt haben, aber leider in der heutigen momentanen Zeit sich, ähm, viele aufgrund, ähm, ähm, ja, der steigenden Kosten und Preise, sich einfach den Urlaub nicht mehr so gut wie früher leisten können. Äh, ich bin ja grundsätzlich auf meinem Kanal daran bemüht, immer Tipps und Wege zu geben, wie du, ähm, sag mir mal, mindestens einmal für dich, einmal im Jahr für dich und deine Liebsten dir einen Urlaub leisten kannst. aber, wie gesagt, es gibt auch einen Weg, den ich dir jetzt mit an die Hand geben möchte, weil mir ein Bedürfnis von Herzen ist, dass sich jeder von euch, ähm, Urlaub leisten kann, ohne sich verschulden zu müssen und diese Qualität, Quality Time für sich und seine Liebsten nutzen kann. Ich, hier siehst du unseren, ähm, Michael Hutchison, den Co-CEO und Mitbegründer von unserem, ähm, Reise-Club in Grußes. Ich persönlich, wenn du mich kennst oder verfolgst hast, bin selbst unabhängiges Mitglied, ähm, des Reise-Clubs und, ähm, Michael hat diesen, ähm, Club vor acht Jahren gegründet mit einer Vision, mit einer Mission, nämlich, ähm, Menschen, ähm, zu ermöglichen, günstiger zu reisen, ähm, nahezu kostenlos zu reisen und natürlich auch von Reisen, äh, profitieren zu können, beispielsweise in, ähm, finanzieller Form, wie auch immer, oder dass du dir da eine Kleinigkeit dazu verdienen kannst. Ähm, es gibt Möglichkeiten, dass auch für dich Reisen kein Luxus mehr sein muss und deswegen, ähm, ähm, verlinke ich dir hier unten in meiner Videobeschreibung den Gastzugang zum Reise-Club. Sicher dir diesen, schau dich mal intern im Reise-Club um. Ähm, ähm, was du da von den Mehrwert herausziehen kannst. Ich persönlich lade dich ganz herzlich von Herzen ein. Ich mache momentan jeden Sonntag um 20 Uhr eine Live-Präsentation, circa 30 bis 35 Minuten via Zoom. Zeig dir, stelle da die Möglichkeiten des Reise-Clubs für dich vor. Du bist hier herzlich eingeladen, kannst es dir unverbindlich anschauen, eine Entscheidung für dich treffen, hast die Chance auf mich zuzukommen, mir Fragen zu stellen, kannst auch jederzeit über die Videobeschreibung, habe ich meinen Kontakt verlinkt, mit mir Kontakt aufnehmen und ich lade dich von Herzen dazu ein, wenn du, wenn du für dich, wenn einer der Punkte für dich wichtig ist oder dich anspricht, günstiger Reisen, Kreuzfahrten zu buchen, eventuell nahezu kostenlos zu reisen oder aber du mit Reisen, vom Reisen partizipieren möchtest in finanzieller Form, dann bist du herzlich eingeladen, mit mir Kontakt aufzunehmen zur Präsentation. Und ja, ich verlinke dir natürlich hier oben auch noch mal die Videopräsentation, wenn du es bis zum Sonntag nicht abwarten kannst. Abschließend möchte ich zu dir noch mal sagen, lass dir diese, nimm dir im Nachgang ein paar Minuten Zeit, lass dir diese Präsentation noch mal die, die Wichtigkeit dieser Präsentation und die Möglichkeiten einfach durch den Kopf gehen, setz für dich und deine Liebsten die Urlaubszeit mit auf deine Prioritätenliste, ihr habt es euch verdient, es ist wichtig für euch und tut das für euch, ich kann es euch nur vom Herzen ans Herzen legen. Lasst natürlich einen dicken Like da für den MyCatcheson, für diese tolle Folien und mich würde es mega freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, den dann verpasst ihr und die Glocke aktiviert, den dann verpasst du keinen wichtigen Mehrwert mehr rund ums Thema Reisen und du wirst halt von YouTube benachrichtigt, sobald ich eine neue Präsentation online habe. Ja und in diesem Sinne, bleibt gesund, wir sehen uns ganz bestimmt wieder online oder auf Deck, euer Nico, ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.